In diesem Video möchte ich euch mal wieder drei spannend und interessant bewertete Aktien vorstellen, welche vor allem für langfristige Investoren gerade jetzt sehr interessant sind. Als langfristiger Investor macht es ja wirklich Sinn, sich auch bei Unternehmen, bei qualitativ sehr guten Unternehmen einzukaufen, wenn diese gerade eine Korrektur hingelegt haben und vielleicht gerade aus dieser Korrektur herauskommen. Also im Gegensatz zu einem Trendhändler, der auf starke Trends setzt und von dieser Fortsetzung der Trends profitieren will, sollte man als langfristiger Anleger eher antizyklisch vorgehen. Also, wenn du langfristiger Investor bist, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich und du kannst vielleicht einige Inspirationen für dich mitnehmen. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig an der Börse zu investieren. Also, gehen wir gleich rein, machen wir es kurz. Das erste Unternehmen, das ich euch zeigen will im Schnelldurchgang, ist der Hershey Company. Das Unternehmen ist einer der weltweit grössten Hersteller von Süsswaren, vor allem Schokolade. Gerade in den USA ist man hier sehr gut positioniert. Schauen wir uns mal an, mit was wir es zu tun haben. Rein fundamental von den Kennzahlen her, von den Gewinnen, von den Umsätzen. Und da sehen wir eigentlich, dass das Unternehmen seit Jahren wirklich schön steigende Gewinne ausweisen kann. Vor allem der bereinigte Gewinn, der steigt relativ kontinuierlich an. Auch die Dividende steigt schön an. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Auf der Seite des Umsatzes und der Margen sieht das dementsprechend natürlich auch gut aus. Steigende Umsätze, die Margen, die konnten nicht nur gehalten werden, sondern die konnten relativ gut kontinuierlich langfristig angezogen werden. Also auch das für langfristige Investoren ein schönes, konstantes Bild, das man sehr gerne sieht. Ganz wichtig natürlich auch die Verschuldung. Und gerade in Zeiten von steigenden Zinsen oder von hohen Zinsen sollte man immer darauf achten, dass man hier auch langfristig in seinem Portfolio keine Unternehmen hat, die sehr hoch verschuldet sind. Weil wenn dann mal die Zinsen nach oben gehen, dann kann das sehr stark auf die Marge drücken. Also auch da sehen wir bei der Hershey Company eigentlich eine komfortable Ausgangssituation. Wir haben relativ hohe Free Cash Flows. Mit diesen könnte man seine verzinsten Schulden in absehbarer Zeit absolut zurückbezahlen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Man ist profitabel und hat nicht zu hohe Schulden. Also auf der anderen Seite sehen wir sogar noch Aktienrückkäufe. Man verwendet auch die Gewinne, die man hat, um laufend Aktien zurückzukaufen. Das ist immer relativ gut für den Aktienkurs. Das ist nicht sofort ersichtlich, aber mittel- bis langfristig hat das einen durchaus positiven Einfluss. Also rein fundamental sieht das schon mal sehr gut aus. Jetzt schauen wir uns mal den fairen Wert an der Aktie und sehen da schon mal ein relativ krasses Bild. Wir sehen, dass die Aktie sich immer wieder um diesen fairen Wert hier herumschlängelt. Man ist mal drüber, man ist mal darunter. Und aktuell gab es einfach einen sehr starken Abverkauf bei der Aktie. Vom Hochpunkt bis heute ist die Aktie bereits um 30% gefallen. Das ist jetzt für ein Technologieunternehmen nichts Spezielles. Das passiert relativ häufig. Aber für so ein eher konservatives Unternehmen aus dem Konsumbereich ist das durchaus erwähnenswert und speziell. Und das hat natürlich damit zu tun, dass zum einen die Rohstoffpreise gestiegen sind. Und Schokolade, die Rohstoffe für Süßigkeiten allgemein sind relativ teuer geworden. Man kann natürlich die Preise nicht immer eins zu eins an seinen Kunden abgeben. Wenn man das zu stark tut, wird natürlich auch die Konsumentenstimmung leiden, weil sich dann vielleicht gewisse Leute sagen, ja, dann kaufe ich die Produkte einfach nicht mehr. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Aktie fällt. Dann kam noch das Thema dazu mit diesen ganzen Abnehmenspritzen, dass man hier wirklich Angst hat, dass der Konsum langfristig hier stark zurückgeht, weil der Appetit auf Schokolade und Süßigkeiten zurückgeht. Das hat dem Ganzen nochmal den Rest gegeben und somit fällt die Aktie und befindet sich Stand heute immer noch im freien Fall. Nichtsdestotrotz ist es ein Unternehmen, das fundamental gut dasteht und sofern sich die Situation wieder beruhigt und hier wieder Vertrauen reinkommt. Irgendwann mal ist eine Aktie so attraktiv bewertet, so günstig, dass die Investoren wieder reinkommen und dann kann ein solcher Abverkauf wieder gestoppt werden und das Unternehmen, der Aktienkurs kann wieder steigen. Und genau auf solche Situationen sollte man vorbereitet sein, dass man solche Unternehmen bereits auf seiner Watchliste hat. Jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich noch aus der Charttechnik an. Was sehen wir hier? Genau dieses Bild, das wir jetzt eigentlich im, was war das hier? Ich muss mal schnell das Ganze einstellen. Das war im Mai 2023, hatten wir einen neuen Höchststand bei der Aktie und dann kam eben dieser krasse Abverkauf. Wir sind durch alle gleitenden Durchschnitte durchgerasselt. Der 200-Gleiter-Durchschnitt diente zunächst noch so ein bisschen als Unterstützung, aber man ist dann hier relativ schnell nach unten weggerauscht. Und Stand heute haben wir immer noch ein Abwärtsdrehen. Wir haben noch keine Bodenbildung, der Abwärtsdrehen ist intakt. Aber wir haben das jetzt bereits bei anderen Unternehmen gesehen, wie zum Beispiel General Mills, wo hier bereits gewissermassen eine erste Bodenbildung sich ausgebildet hat, sogar neue Aufwärtsdrehen gebildet hat. Und da kann man sich natürlich darauf vorbereiten, dass das jetzt bei der Hershey Company in absehbarer Zeit auch passieren kann. Und anstatt jetzt hier einfach dann zu sehen, wie die Aktie wegläuft, macht es natürlich Sinn, sich diese auf seine Watchliste zu packen. Und entsprechend, wenn wir zum Beispiel ein solches Muster sehen, also wir haben jetzt hier noch diesen Abwärtstrend, zeichnen wir mal ganz rudimentar ein, rudimentär ein. Sobald wir im Prinzip wieder neue Hochpunkte generieren, eine Korrektur kommt und wieder neue Hochpunkte, dann sprechen wir dann charttechnisch von steigenden Hochs und steigenden Tiefpunkten. Das hatten wir jetzt in dieser ganzen Abwärtsphase nicht. Da war genau das Gegenteil der Fall. Und das wird dann interessant in Kombination mit einer attraktiven Bewertung, dass man hier sagen kann, dann könnte man theoretisch, wenn man interessiert ist an dem Unternehmen, erste Position eröffnen. Also, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, aber so kann man sehr gut vorgehen. Wenn man sich das historisch anschaut, eben diese 30-prozentige Korrektur, ist das absolut speziell. Hier bei dieser Korrektur haben wir gesehen, also ich sage jetzt mal, oder sprechen wir hier von dem Corona-Crash, wie man auch immer sagen will, da hatten wir auch eine 30-prozentige Korrektur. In der Vergangenheit waren die eher etwas kleiner. Diese Korrektur hier war 23 Prozent. Dann hatten wir hier auch mal über ein paar Mal so 18-20-prozentige Korrekturen. Also das kommt schon immer wieder vor, das ist auch absolut normal. Diese 30-prozentige Korrektur ist schon eher etwas extrem. Aber das kann einen auch schon einen Hinweis darauf geben, dass das vielleicht jetzt schon ein Punkt ist, wo man wirklich genau drauf schauen sollte, wenn man interessiert ist an diesem Unternehmen. Das nächste Unternehmen, das ich euch ganz kurz vorstellen will, ist ein Unternehmen, das ich bereits ausführlich auf diesem Kanal vorgestellt habe, AdWords Life Science. Das Unternehmen stellt künstliche Herzklappen her, unter anderem ist also im Medizinal-Technik-Bereich angesiedelt. Auch hier kurzer Blick nochmal auf die fundamentalen Daten, auf die Entwicklung. Wir sehen langfristig konstant steigende Gewinne. Natürlich gibt es hier immer mal gewisse Peaks, aber wir sehen keine allzu grossen Einbrüche. Auch beim Umsatz steigt der Umsatz relativ kontinuierlich an. Die Margen auf einem sehr attraktiven Niveau für diesen Bereich. Die Margen konnten langfristig auch angestiegen werden oder gesteigert werden. Jetzt geht man eher davon aus, dass wir so ein bisschen, ja, vielleicht das Peak mal kurzfristig erreicht haben für die nächsten Jahre, dass die Margen nicht mehr allzu stark weiter ansteigen werden. Ist aber nicht problematisch, sofern die Margen nicht über eine längere Zeit auch fallen. Auf der Bilanzseite sieht das auch sehr gut aus. Also auch hier haben wir sehr tiefe Schulden. Das ist natürlich auch interessant für solche Phasen, wo wir hohe Zinsen haben, wie gesagt. Wir sehen auch, dass wir aufgrund der hohen Profitabilität, die wir haben, diese Schulden sehr, sehr schnell tilgen können. Wir haben keine grossen Gefahren in der Bilanz aufgrund von extremen Goodwills, also Aufpreis, die man auf Übernahme getätigt hat. Also von der fundamentalen Perspektive hier, von der Bilanz, von der Verschuldung, sieht das auch sehr solide aus. Auch hier sehen wir Aktienrückkäufe. Eigentlich alles, was wir sehen wollen als langfristige Investoren aus der fundamentalen Perspektive. Der faire Wert, auch hier ganz spannend zu sehen, wir sehen, dass wir jetzt zwischen 2013 und 2019 uns relativ gut an diesem fairen Wert orientiert haben. Danach ist die Aktie von Edwards Lifescience sehr stark angestiegen und hat sich von diesem fairen Wert regelrecht entkoppelt. Also eine Überbewertung aufgebaut, eine klassische Überbewertung. Diese wurde jetzt wieder abgebaut und aufgrund der aktuellen Tendenz, dass gerade auch Gesundheitsunternehmen sehr stark abgestraft werden, also nicht gerade gefragt sind, ist der Aktienkurs jetzt sogar unter den fairen Wert gefallen, was natürlich auch wir langfristige Investoren wirklich sehr spannend wird. Weil wir haben jetzt wirklich anhand mehr oder weniger aller Kennzahlen, die wir sehen, vom bereinigten KGV her, weist das eine Unterbewertung auf. Auch wenn wir uns ein Kursumsatzverhältnis anschauen, auch da sind wir jetzt sogar bereits etwas unter den fairen Wert gerutscht. Also das natürlich für antizyklische Investoren, welche wirklich sagen, ich muss nicht, ich kann auch damit leben, irgendwo einzusteigen. Wenn es auch nochmal ein Stück weiter nach unten fällt, dann sind das natürlich jetzt schon sehr gute Momente. Aber man kann das natürlich auch charttechnisch gut verfolgen und sagen, man steigt immer wieder ein, wenn sich eine Bodenbildung generiert, wenn ein erster Aufwärtstrend entsteht und kann dann auch seine Traschen Stück für Stück dann so ausarbeiten. Ganz kurzer Unterbruch, ich will dich nur kurz darauf aufmerksam machen, dass ich aktuell noch kostenlose 1 zu 1 Sessions vergebe, wo wir uns zusammen deine Situation mit Aktien an der Börse anschauen. Schau einfach vorbei auf www.matthiaschristen.com, melde dich an für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da nehme ich gerne Kontakt mit dir auf und wir schauen uns an, wo du stehst, welche Strategie du dir zurechtgelegt hast. Und ich challenge dich mal und schaue mal, ob diese Strategie für dich auch wirklich Sinn macht oder ob hier grosse Risiken und Gefahren bei dir vorherrschen. Also, nimm dieses Angebot wahr, solange es gültig ist. Du kannst nur profitieren. Melde dich bei mir. Vielen Dank, jetzt geht es weiter mit dem Video. Schauen wir uns das Ganze noch ganz kurz charttechnisch an. Wir sehen hier den mittel- bis langfristigen Trend oder Chartverlauf von AdWords Life Science, so etwa die letzten 10 Jahre und sehen eigentlich, dass sich die Aktie sehr gut entwickelt hat. Stand jetzt eben diese Korrektur. Wir sprechen jetzt hier vom Hochpunkt. Hier gab es einen Doppelhoch im April 2022. Bis heute sind das bereits 53%, wo die Aktie gefallen ist. Also sehr, sehr ordentlich. Und das hat eben vor allem damit zu tun, dass die Aktie einfach fundamental sehr stark überbewertet war. Und dann kommen halt solche Korrekturen, sind nicht unrealistisch. Deshalb immer vorsichtig sein, wenn sich Überbewertungen aufbauen, dass man vielleicht auch als langfristiger Investor hier mal sagt, hey, da würde ich mich vielleicht auch mal absichern. Wenn wir fair bewertet sind, ist das meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig, ausser es gibt wirklich fundamental grössere Probleme. Jetzt hier sehen wir wirklich diesen Abverkauf, der ist wirklich sehr gross gewesen. Normalerweise sehen wir hier wirklich so Korrekturen von so 30%, sind nicht unrealistisch. Hier beim Corona-Crash waren das fast 40%. Da sprachen wir aber nicht von solchen extremen Überbewertungen. Jetzt die Überbewertung fundamental eigentlich abgebaut. Und deshalb wird es jetzt interessant. Wir haben natürlich immer noch diese negative Dynamik drin. Wir sehen das auch ganz gut, wenn wir uns mal den Gesundheitssektor anschauen. Sehen wir ganz gut anhand dieses ETFs, der den Gesundheitsbereich im S&P 500 abdeckt. Und da sehen wir einfach, dass der gesamte Sektor jetzt halt einfach nicht allzu interessant ist. Also seit dem Hochpunkt hier im April 2022 ging der ganze Sektor um etwa 15% nach unten. Wir sehen aber tendenziell eher so eine Seitwärtsbewegung. Aber es leiden halt sehr viele Unternehmen, die eigentlich grundsolide sind, qualitativ hochwertig. Die sind jetzt gerade nicht sehr stark gefragt. Aber das sehen wir auch relativ häufig in diesem Sektor. Wenn wir jetzt mal den Wochenchart anschauen, dann gibt es hier immer wieder solche schönen Phasen, wo es schön nach oben geht. Da kommt mal eher wieder so eine Seitwärtsphase, dann geht es wieder nach oben. Jetzt sind wir wieder in einer längeren Seitwärtsphase. Der langfristige Trend, auch wenn man das an der gleitenden Durchschnitte anschaut, hier vom 200er-Wochen-Durchschnitt, die blaue Linie, sind wir tatsächlich immer noch darüber. Also von dem her nicht besorgniserregend, ist auch ganz klar die Branche, die wir jetzt weiterhin brauchen. Auch Edwards Life Science, die Produkte, die wir jetzt weiterhin brauchen. Und deshalb für antizyklische Investoren natürlich sehr, sehr interessant, sich jetzt gerade Unternehmen vielleicht in so einem Sektor herauszusuchen, welche jetzt gerade etwas gelitten haben und dann einzusteigen, wenn wir schon eine grosse Korrektur hinter uns haben mit gewissen tranchenweisen Aufbau oder dann eben abzuwarten, bis sich ein Boden bildet oder neue Aufwärtszenten bildet. Das nächste Unternehmen, das ich euch vorstellen will, ist Montclair. Montclair ist ein Unternehmen aus Italien, ein Luxusgüterkonzern. Die meisten kennen vielleicht eher so Louis Vito. Und das ist mal wirklich aus Italien ein Unternehmen, das durchaus auch interessant ist. Fliegt vielleicht immer so ein bisschen unter dem Radar, aber langfristig hat man hier auch sehr gute Renditen erzielt. Wir sehen auch hier wirklich steigende Gewinne, steigende Umsätze. Die Margen stagnieren jetzt aktuell so ein bisschen, aber auch auf einem attraktiven Niveau. Die Sonnenlangfrist wieder ein bisschen steigen. Aber ich denke mal, dieses Niveau, wenn das gehalten werden kann, ist das schon sehr attraktiv. Auch auf der Bilanzseite sehen wir im Prinzip keine allzu hohen Schulden. Die Schulden könnten in absehbarer Zeit getilgt werden. Keine grossen Goodwill-Positionen, die einem zu grossen Abschreibungen oder grossen Abschreibungen mit sich bringen könnten. Die Schulden sind gedeckt durch das Kernvermögen, also alles gut. Was wir nicht sehen, sind Aktienrückkäufe. Im Gegenteil, es werden eigentlich sogar Aktien herausgegeben. Das ist jetzt nicht gerade förderlich für eine positive Entwicklung des Aktienkurses. Ist aber im Prinzip, wenn man dieses Geld nutzt, um dadurch Akquisitionen zu tätigen, die weitere Explosion zu tätigen, ist das auch in Ordnung. Das sehen wir, dass die Umsätze und Gewinne steigen. Wenn das nicht mehr der Fall wäre und es würden trotzdem laufend Aktien herausgegeben werden, dann wäre das ein klares No-Go. Also, schauen wir uns auch hier noch die fairen Werte an oder den fairen Wert aufgrund gerade des beeinigten Gewinns, weil wir ja wirklich seit vielen Jahren profitabel sind. Und das sehen wir auch hier wieder, dass schon eine gewisse Korrelation besteht zwischen dem Aktienkurs und dem fairen Wert. Das ist jetzt aber nicht so, dass jetzt der Aktienkurs sich genau an diesem fairen Wert orientiert. Der schlängelt auch hier wieder so ein bisschen drumherum. Es gibt mal wieder Phasen, wo wir starke Überbewertungen hatten, wie hier Ende 2021. Dann wurde die Überbewertung auf- oder abgebaut. Natürlich hält dann der Aktienkurs nicht genau an dieser fairen Bewertung, ganz klar. Wenn mal irgendwo ein Trend bestehen hat, dann läuft das offenbar noch ein bisschen weiter. Aber hat sich dann auch wieder hier erholt, ging dann nach oben, wieder eine leichte Überbewertung aufgebaut, wobei das für mich noch nicht besorgniserregend ist. Und jetzt kommt hier der Abverkauf. Auch hier wieder die ganze Luxusgüterbranche, die leidet jetzt ein bisschen. Da werden bestimmt auch gewisse Umsatz- und Gewinnerwartungen nach unten korrigiert, weil wir gerade im asiatischen Markt gewisse Schwäche sehen. Aber langfristig ist es natürlich auch hier wieder antizyklisch interessant, sich solche Unternehmen anzuschauen. Gerade wenn wir alle Kennzahlen sehen, die eher auf eine attraktive bis günstige Bewertung hinweisen. Schauen wir uns das Ganze auch hier wieder charttechnisch an. Wir sehen jetzt hier den Kursverlauf von Malkler seit dem Börsengang 2013 war das ungefähr. Genau. Und da sehen wir schon, dass sich das langfristig schön nach oben entwickelt, aber doch relativ Schwankungen da vorhanden sind. Also wir sehen hier immer wieder Korrekturen von 40%. Wir sehen hier wieder Korrekturen der Finanzkrise von auch fast 40%. Dann hier wieder 2019 auch wieder 40%. Dann kam hier die Korrektur im Dezember 2021. Das waren 50% Korrektur. Stand heute sind wir hier wieder in einer Korrektur, da sprechen wir jetzt von 30%. Also noch nicht mal historisch betrachtet, noch nicht mal eine allzu starke Korrektur, sondern im absolut normalen Rahmen. Nichtsdestotrotz, wenn man natürlich hier anfängt, seine Position aufzubauen, wenn wir solche Korrekturen haben oder einfach wirklich das schon mal auf seine Watchliste packt und dann sagt, in den Momenten, in denen wir aus der Korrektur rauskommen, zum Beispiel gewisse Regelwerke, die man sich zusammenstellt mit gleitenden Durchschnitten, wenn sich das übersteigt, dass man hier dann anfängt, sukzessive seine Position aufzubauen, kann man das sehr gut machen. Mir ist auch wichtig zu sagen, solche Korrekturen, die sind einfach normal. Das heisst nicht, dass jetzt hier Panik vorherrscht. Das ist gerade, wenn man das historisch wieder mal schaut, sieht man eher mal, dass auch so Korrekturen von 50% durchaus auch mal vorkommen können. Deshalb macht es immer Sinn, eine Aktie individuell zu betrachten. Es macht keinen Sinn zu sagen, wenn eine 10% Korrektur kommt, da kann ich wieder nachkaufen, sondern schaut euch das mal an, wie eine Aktie normalerweise historisch sich bewegt und leitet daraus dann Entscheidungen ab für euch, wann es Sinn machen kann, hier erste Position wieder aufzubauen. Das ist natürlich wie immer an der Börse. Es gibt keine klare Regel, wo besagt, wenn A passiert, musst du B machen, sondern man muss hier schon ein bisschen einfach ein bisschen mehr Hirnschmalz reinlegen. Es gibt natürlich gewisse Strategien, Regeln, die man sich zurechtlegen kann, wo man wirklich ganz klar sagt, hey, ab diesen Punkten gehe ich raus, da gehe ich rein. Aber pauschal lässt sich das nicht sagen, weil jeder hat wieder ein anderes Bedürfnis von seinem Risiko, das er eingehen will, von Absicherungen, von maximalen Verlusten, die man eingehen will. Und deshalb lässt sich das pauschal nicht sagen, wann sich jetzt ein Einstieg für die Allgemeinheit lohnt oder nicht. Es muss sehr individuell betrachtet werden. Stand hier als Beispiel mal bei Montclair, wir befinden uns nach wie vor in einem Abwärtstrend. Wir haben es mit fallenden Hochpunkten und fallenden Tiefpunkten zu tun. Solange das gegeben ist, drängt sich noch kein Kauf auf. Aber da wir bereits doch eine ordentliche Korrektur haben, entweder tranchenweise reingehen, mindestens drei Tranchen, eine erste Tranche ab einer Korrektur, die bereits historisch doch schon in einem interessanten Bereich ist, aufbauen. Die nächsten Tranchen dann aber unbedingt abwarten, bis wir wirklich wieder starke Dynamik sehen, bis wir sehen, dass das Vertrauen zurückkommt. Und dann kann man immer noch zu attraktiven Preisen einsteigen. Und so macht es wirklich Sinn, wenn man so seine Käufe tätigt, in solchen Situationen. Dann hat man wirklich die Möglichkeit, hier zu guten Kursen einzukaufen. Und nicht, wenn wir wieder auf dem Höhepunkt sind, weil alle aufspringen und dann sieht man ganz klar, dass eine Überbewertung da ist. Da kommt früher oder später mal die grosse Korrektur. Und dann dauert es halt wieder Jahre, bis man überhaupt wieder bei seinem Einstand ist. Und das wäre dann sehr, sehr schade. Also, auch das wieder keine Anlageempfehlung. Wir können uns auch hier nochmal ganz kurz anschauen, wie das hier aussieht beim Konsumgüterbereich. Wir haben das hier eigentlich im Prinzip bei Montclair auch mit einem Konsumgut zu tun. Ob das jetzt zyklisch oder unzyklisch ist, darüber lässt sich streiten. Aber auch hier sehen wir, dass die ganze Branche im Prinzip leidet. Also, seit dem Hochpunkt im April 2022 ging es hier bis zum Tief auch mal 20% mit dem ganzen Sektor nach unten. Aber langfristig ist das natürlich auch da so, dass wir es mit steigenden Kursen zu tun haben. Jetzt gerade wieder so eine typische Korrektur da ist, die für antizyklische Einstiege durchaus interessant ist. Also, ich hoffe, ich habe auch hier wieder ein paar spannende Inputs geben können, spannende Unternehmen, die man jetzt auf seine Watchliste packen kann, wo man sein Risikomanagement jetzt hinterfragen muss. Wann lohnt es für mich, hier einzusteigen? Wann kann ich hier mich einkaufen? Vielleicht habe ich bereits schon eine grosse Position bei diesem Unternehmen. Da muss man fairerweise sagen, dann lohnt es sich nicht, einfach immer nachzukaufen bei einem Unternehmen, das bereits eine grosse Position in seinem Portfolio innehat. Da muss man dann wirklich sagen, gibt es momentan sehr viele andere Unternehmen, die auch interessant sind. Also, von dem her schaut wirklich auch, dass ihr nicht zu grossen Kumpenrisiken habt. Das ist auch wichtig für die Diversifikation, für das Risikomanagement. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du mir einen Kommentar da lässt, was du gerade auf deinem Schirm hast, wie du diese Unternehmen findest. Und wenn du lernen willst, wie du für dich Einstiege finden kannst, wann es Sinn macht, Aktien zu kaufen, wo es Sinn macht, sich auch abzusichern, damit es nicht zu so grossen Drawdowns in deinem Portfolio kommt, wie du grundsätzlich mal eine Strategie findest, ob du eher der kurzfristige oder langfristige Investor bist, kann ich dir sehr gerne weiterhelfen. Melde dich bei www.matthiaschristen.com für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns einfach mal an, wo du stehst, wo du hin willst, dass es viele Möglichkeiten gibt. Das Ganze absolut unverbindlich. Dann nehme ich mir sehr gerne Zeit für dich. Nimm dieses Angebot wahr. Ich würde mich sehr freuen. Dein Matthias Christen. Dein Matthias Christen.